so was geht ab leute willkommen zu meinem channel und zwar spielen wir ein Format heute das ich definitiv nicht von einem amerikanischen youtuber geklaut habe ja der amerikanische youtuber ist definitiv nicht ladweg ich habe es von nirgends geklaut und da spielen wir das format bro vs bro und heute ist mein gast bzw mein gegner der liebe natsu und so haben wir insgesamt neun spiele ja das sind diese spiele hier ich durfte mir drei spiele auswählen er durfte sich drei spiele auswählen und drei spiele sind die neutralen spiele wir fangen ganz genau mit dem spiel in der mitte an mit schiff übersenken fangen wir an ganz klassisch ganz traditionell ich habe es noch nie gemacht gecheatet ja ich bin nicht so sicher spaß spaß bro wie habe ich doch noch keins getroffen boom alter neun 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 das war nur ein zweier neun eins von den beiden oder oder sonst wieder drei neja neun 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 jede runde verlierst du nur ein leben auch wenn du gewinnst oder was ein warum sollst du verlieren wenn du gewinnst okay wenn man verliert immer nur ein leben ich habe zwar reingepäilt ich habe zwar reingepäilt aber es war nicht das ist nicht dieser pating 1 für den 1 für den king broby spielen hier das spiel des deines masters Bitte, bitte, bitte. Bitte snipe gut, bitte snipe gut. Ach, da gibt es gar nichts zu snipe. Komm, steck, tschüss. Bro, was hast du denn gemacht? Hast du ein halbisschen verkauft oder was? Ah, scheiße, Alter. Easy. Unentschieden. Das weißt du, ne? Ja, ja. Okay. Trotzdem weißt du was. Wenn ich in meinem Main-Game verliere, ja. Ach, Digga, ich habe das Game nur einmal gespielt, das war mit dir. Ich habe keine Ahnung vom Game. Alter, ich habe verloren. Easy, easy. Taktiken und so. Bitte kein Schaf, bitte kein Schaf. Oh, ich habe Angst. Ah, nein, seine Biene. Ja. Dass der Biene drauf geklatscht hat. Oh, Digga, FG. Feindlich, ne? Bro, 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 bro. Ist gleich, ist keine Angst. Freu dich nicht. Schaf, gut. Freu dich nicht, freu dich nicht. Wenn du irgendwas nicht verstehst, kannst du mich ruhig fragen. Ich sag dir schon die Wahrheit. Klar. Du weißt, was ich jetzt sage. Das war schlau von dir. Echt, jetzt hätte ich von fucking dir nicht erwartet. Ja, ne? Unentschieden. Wie viel Dämmisch hast du noch, Alter, alles klar. Das schlau war, dass du deinen Stärksten bewegt hast. Weil du wusstest, dass ich einfach besser bin. Tschüsser. Easy. Was? So, richtiger Oberkill. Hast du zwei Leben? Scheiß, hätte ich nicht übersprungen. Wäre es viel witziger gewesen. Egal. So weit. Wie bitte? Wie bei dir einfach fast alles Level 3 ist. So, FG. Mhm. Weil ich dich ja gelevelt habe, ne? Okay. Du darfst entscheiden. Von all diesen Spielen. Du kannst auch Dinge, ne? Du kannst auch neutrale Spiele nehmen. Oder auch sagen so. Ey, ich mach dich auch in deinem Game kaputt. Kannst auch eins von meinen Spielen nehmen. Oh, hallo. Scheiße. Ich hab sowas von gehofft, dass er sagt so. Weißt du was? Komm. Gib mir. Chess. Bro, hallo, Alter. Oh mein Gott. Ja. Warte, ich muss glaube ich einen Controller irgendwo haben. Scheiße. Okay. Ich wähle, wähle ich nur einen aus oder wähle ich drei aus? Einen. Einen, okay. Nur mal so gesagt. Ich hab alles vergessen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, ob ich nehmen kann. Aha, ich kann nehmen. Wie bist du das? Und in Deutsch ist auch noch. Wichtiger Asi. Äh, äh, no, nein. Nein, Alter, null Chance. Was? Dein Ernst, Alter? Ah, nein. Spaß. Ja, du hast Angst bekommen, ne? Also gesehen, wie gut ich bin. Ich schieße immer noch nicht, wie du das machen kannst, Alter. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Hast du den Pisser, Alter. Ey, warum stirbst du nicht? Ich weiß nicht. Du bist so ein Pisser, Junge, Alter. Endlich. Ach, ver... Aua. Oh mein Gott, was? Ich war selber geschockt. Ich hab gedacht, oh mein Gott, das ist vorbei. Aber das warst du, du Pisser. Ich ID im Hauptverspiegel. Ehrenlos. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Okay, okay, okay. Los, warum geht's nicht um die Plattform, du kleiner Pisser? Traust du dich nicht, oder was? Nein. Digga, ich kann nicht gewinnen, das. Einfach tausendmal knapper als Superautofans. Ich darf entscheiden und ich nehme... Schach. Okay. Okay. Ich mach mal zehn Minuten Zeit, sollten reichen, oder? Ich glaub schon, ja. Okay. Ich bin weiß, ne? Ja. Kommt ich das schieben, oder was? Oh Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube es nicht, dass ich gegen diesen dummen Jungen im Schach verliere. Ich habe meine Darme weggeworfen, Digger. Und mir Chance zu nehmen. Halt dich Fresse. Start Yugio. Okay, und los geht's. Oh Gott. Okay, was? Ich habe keine Arme mehr. Was? Hast du kurz mal ein 4.000er-Mons-Auswand geholt? Okay. Ja, die kann ich bellen. Das ist ja gar nicht gut. Alter, Junge. Ich habe keinen Monster im Team, das in die Idee kommt. Ach Gott, Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm... 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 Und endlich. Höchst. Ha! Okay. Gut, gut, gut. Ich war mir nicht mehr sicher, ich hatte so viel Angst, dass ich sie sogar in die Verteidigung gelegt habe. Ich muss noch eine Karte ziehen, Alter. Soll ich GG sagen? Ja, ich habe nur Scheiß gezogen. Alter. Was? Geht auch mit diesen Karten? Warum? Tja, was ist denn wirklich... Warum kann ich die Karte nicht in die Gäden? Das macht gar keinen Sinn mehr in dir. Achso, nebenbei hätte ich noch diese Karte gehabt, wo ich alle deine Fallen- und Zauberkarten zerstöre. Ja, aber eigentlich hätte ich den Dark Magician-Zirkel da wegmachen. Aber ich konnte das irgendwie nicht. Okay, GG. Stehst nicht. Ich würde dir vielleicht mal ein paar neutralen Spiele empfehlen. Bro, es ist wirklich spät geworden. Deswegen bitte, weil ich wirklich jetzt... Bro, we're a party. Hast du installiert, safe. Ja. So, Haki, wir springen. Ach, scheiße. Und es geht mit WSD. Okay. Drei, zwei, vier Meter. Drei, zwei, vier Meter. Oh mein Gott. Fick dich halt. Du kannst immer die Spiele irgendwann ganz klar nur liefern. Wenn du vorher stirbst, ne? Ich mach trotzdem nicht durch. Ah, fick dich, Alter. Es ist doch lächerlich, Alter. Was für ein Scheißspiel, Alter. Ah, da drückt immer noch, Alter. Ich hab' mal verloren. Das ist doch... Was ist das für ein Scheiß-Dreckspiel, Alter. Okay, du hast gewonnen. Weck da. Verpiss dich. Ähm... Schirrisch am Papier. Okay. Soll ich drücken? Ach so. Oh shit. Ach shit. Ach, feck dich, Alter. Lächerlich, Alter. Okay, hast gewonnen. So, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Like da oder so Kommt gerne in den Stream rein Der Twitch-Link Sollte hier ab und zu mal angezeigt worden sein Aber Er ist nochmal auch in den Kommentaren Kommentaren sag ich im Info-Ding Kommt einfach rein Und lasst uns Spaß haben Danke fürs Zuschauen Pass auf, ich bin raus und ciao Bis zum nächsten Mal